Ach ja, wir holen uns doch mal Rekruten, warum nicht? Weil wir haben's ja! Ja, klar, ist doch so. Ist normal. Einfach mal mit in einem Spiel mit meinem Bruder anschreiben. Wieso denn nicht, ne? So eigentlich nicht. Hi! Wenn ihr meint? Ja. Du mich auch. Ne Rekruten gehen mir auf den Keks! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich hab hier nix. Ich bin am... sitz hier mit dem Kopf auf dem Arm und guck mir las erstmal an hier. Mit dem Kopf auf dem Arm? Ja. Sitz hier mal ordentlich hin. Ne... Sieh zu meiner Denker-Pose, du Vogel. Na dann. Ja, du mich auch, du Arsch. Was sollte ich sonst machen? Du bist ein Penner. Vielleicht lassen? Ach, ich hab nicht genug Mana. Geh doch einfach mal sterben. Arsch. Ich hab nicht genug Mana. Dann kauf dir was. Du bist verflucht. Nee, warum? Verflucht, scheiße. Geil, bin ich verflucht. Geil bin ich. Ja, da ist die Cheater-Karte. Warum nicht? Die ist ja sowas von gecheatet. Ja. Die ist ja so OP, die Karte. Ist richtig. Wann ich nicht? Ist das denn ernst gewesen? Mhm. Boah. Boah. War mein Ernst? Wart mal. Ja. Die. Die. Und die. Das Dingo. Der Mongo. Nimmt der jetzt eigentlich Minecraft noch mit offen? Das weiß ich gar nicht. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Ne. Nicht, dass die Aufnahmen gleich alle fail sind. Ne. Ah... Du hast auch nichts Bestes zu tun, oder? Ne. Merkst du doch. Ja, merk ich. Ja. Nimmst einfach ein Ja, nimmst einfach hin, genau. Besser ging's gerade nicht. Schon gemerkt. Ja, du mich auch. Ja, ist klar. Du Affe. Also wirklich bringt das auch nichts gerade zum mitangreifen und alles, ne? Ne. Du musst entweder, du musst sie selber verteidigen, oder du musst deinen ganzen Monster verteidigen. Und dann musst du noch zusätzlich... Was? Hier gibt's zweimal da drinne? Ne. Boah, ist doch nicht dein Ernst. Ne, nur zweimal. Und dann kostet sie nur zwei Mana. Ja, du hast ein riesiges Glied, hast du. Boah. Was stellst du dich so an? Woll doch. Ich übersitze die ganze Zeit, bin am überlegen, am überlegen, am überlegen, 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 überlegen. Erstmal die. Ja, du mich auch. Hm. Könntest du mich sowas von direkt angreifen, um mir so viel Schaden zufügen, aber naja. Hast recht. Ja. Ich hab's da eben so mit meinem Kartenglück, ne? Strike. Hm. Ich hab's da eben so mit meinem Kartenglück, ne? Ich hab's da eben so mit meinem Kartenglück, ne? Ja, mit mir ist das sie. Nochmal, noch ne Runde. Ich hab... Na, nehmen wir den gleichen. Also nicht. Weiß ich nicht. Oh, Priester. Anduin. Den kenn ich ja gar nicht. Warum schon wieder? Warum darf ich immer anfangen, ey? Oh. Vielleicht normal, manchmal. Sie hat... Hast du den Ton gehört? Nö. Ich hab gesagt, dass er jetzt gleich da ist. Ja. 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 Naja. Also ich will in dein Zimmer setzen und im Fernsehen gucken. Und mit dem Keks. Hm. Tausch schon grad ne Karte ein, ne? Was bekommst du? Bekommst genau die Karte wieder. Ja. Manchmal hast du das Pech. Das stimmt. Oh. Friss mal Morlock. Was kann denn... Was hat denn da für ne Fähigkeit? Stell zwei Leben... Boah. Das ist doch nicht... Pfff. Nö. Ist nicht mein Ernst. Ist genauso, wenn... Äh, hier diese Karte hast. Mit der Zwei-Zusatz-Rüstung. Mhm. Ach. Wir haben erstmal einen mit Spott drin. Warum nicht? Vielleicht darum. Ach ja. Nee. Nee. Nervt nicht. Ah ja. So ist das halt. Das ist das halt der Nächste. Ich dachte du magst das, wenn ich das nicht mach. Nee. Dini Tief nicht. Hohoho. Ich hab auf der Karte 4, 6, 5, 5. Ich hab auf der Karte... Auf der Hand. Du hast gehört auf der Karte. Ja, du mich auch. Ja, ja. So schön sowas, ne? Nein. Jo. Wieso verschwendest du die Karte dafür? Darum. Mach nur so ne Frage. Mit der mir um den Sack geht. Woher frage ich eigentlich? Fahre ich nicht. Fahre ich nicht. Ach ja. Du rickst dich mal so schön auf. Ja. Ja, du mich auch, du Penner. Ich weiß. Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Kompliment. Dass du ein Penner bist? Aha. Ein Schuss, ein Treffer. Wow. Mäh. Mäh. Das ist so geil. Mäh. Haben sie schon lustig gemacht, echt. Ja. Ist richtig, du Mädchen. Was denn? Nix. Einfach nur so. Ich hatte keine andere gehabt, die gut passte. Hm. Ich will den Klug aus dem Auge haben. Ja, den Arzt für deinen Kopf brauchen wir. Ja, genau. Ja, bockst du dem öfters was aufs Maul, dann kriegst du direkt wieder Schaden. Ja, ne? Mag es gar nicht. Toll, danke. Dass ich auch super Monster noch habe. Ja. Was hast du die ganze Zeit mit mir gemacht? Ich hab dich gepeinigt. Hm. Oh. Nö. Oh nö. Das war's. Ist was. Ja, ich weiß, du gingst mir die ganze Zeit auf den Sack mit deinen Karten. Oh ja, meine Lieblingskarte. Da ist sie ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, du mich auch. Ach ja, das geht ja nicht. Hm. Ja, ich kenn die eine Karte. Den Gurubashi-Beserker. Nein. Ist nicht dein Ernst. Doch. Ah, ja, genau. Cheat dir erstmal noch ein paar Dinger da hin. Ja, geh noch mit drauf. Kannst nix. Ja, ich weiß. Ich drück aber gerne mal so rauf. Ciao. Nein, du Penner, echt. Musst du das rein? Ja. Jo. Ist klar. Musste so sein. Ging nicht anders. Hm, hm. Möge ich schon. Boah, alter, kannst du mir mal nicht irgendein Monster für ne Runde lassen? Hm? Ist doch nicht dein Ernst immer. Ja, ist es aber. So wie du mir, so wie du mir, so ich dir, ne? Ich weiß. Ja. Was kotzt denn so so? Was kotzt denn so?